Hallo, hier ist Petra. Es ist mein erstes kurzes Video, was ich aufnehme und ich bin hier in meiner Praxis und mein Tag ist jetzt gleich beendet. Ich werde gleich nach Hause gehen und heute Morgen hatte ich eine Frau, die schon öfters zu mir kommt oder schon seit längerer Zeit. Und sie hatte am Wochenende, wo sie verreist ist auf eine Chorreise, eine Chormittschwester, die Füße massiert und ein Ehepaar war wohl da, die auch gesagt haben, wir machen das untereinander und ich zeige dir was. Und sie kam nun heute mit dem Wunsch und sagte, ach erklär mir doch, zeig mir was zu der Fußreflexzonenmassage und ich muss sagen, es hat mir so viel Freude gemacht, im Kontakt zu sein, zu erklären, was ich mache, warum ich das mache, was passiert und auch so Rückmeldungen, wie fühlt sich das an im Körper. Und ich trage schon seit längerem den Wunsch in mir, auf Fußreflexzonenmassage zu unterrichten und ich mache das auch schon, auch dieses Jahr im Vinzenz-Palotti-Hospital für Hebammen. Und ich werde selber Unterrichtsmaterialien erstellen und morgen kommt dazu, morgen früh ein Fotograf, hier ein Ortsansässiger und der wird dann meine Füße fotografieren, sodass sie auch gut ausgeleuchtet sind und gut erkennbar sind. Und dann werde ich auf meinen Füßen die Reflexzonen einzeichnen und Unterrichtsmaterial erstellen und möchte damit auch ganz gerne später online gehen. Das heißt, ich werde das Unterrichtsmaterial so aufbereiten, dass man auch einen Selbstlernkurs zur Fußreflexzonenmassage, zur Ganzkörpermassage und vielleicht auch noch zu anderen Projekten dann sich runterladen kann. Okay, also ich freue mich schon auf morgen, morgen früh und ihr hört von mir. Alles Liebe, bis dann. Tschüss. Tschüss.